Das Hotel Grek Hotel Marine Palace Suites liegt in Panormus in Krita. Das Hotel Grek Hotel Marine Palace Suites ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 34 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,8 von 6 Punkten. Service. Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 5,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die ausgezeichnete Küche wird von den Gästen sehr gelobt und erhält für die kulinarischen Künste. Die hervorragende Bewertung 5,7 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,3 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.